Dann ist Armut in Deutschland wahrscheinlich nichts anderes als ein neuer, hipper Lifestyle-Trend. Armut in Deutschland. Ein Trend, bei dem immer mehr mitmachen. Er ist ein Mann der ersten Stunde, Michi Kasalke. Seine Familie lebt schon seit drei Generationen in Armut. Ich hatte einfach Glück. Mir wurde die Armut in die Wiege gelegt. Das ist unser Familienarmutsbaum. Und daran sieht man hier meinen Großvater. Der hatte schon nichts. Dann mein Vater, der hatte noch viel weniger. Und das habe ich alles geerbt. Doch es lief nicht immer alles glatt in seinem Leben. Als Teenager geriet er plötzlich auf die schiefe Bahn. Ja, ich war irgendwie ganz gut in der Schule. Hab Abi gemacht. Aber hey, dank meiner Eltern habe ich dann noch die Kurve gekriegt, weil die konnten mir dann mein Studium nicht bezahlen. Kasalke hatte Glück. Andere müssen sich ihre Armut hart erkämpfen. Wie haben sie es denn geschafft, arm zu werden? Na, ich habe zwei Kinder und ich bin alleinerziehend. Also meine Armut ist damit gesichert. Dreimal in der Woche trifft sich das Who-is-who der Szene. Hier können die Superarmen einmal ganz unter sich sein. Aber wir machen uns mal zur Galate nicht, oder? Es wird geprotzt und geprahlt. Ich bin einer der ärmsten Menschen in Deutschland. Ich bin arm, auch arm. Ich kann dir das sonst auch mal zeigen. Ich habe, ja, ich habe, hier, pass auf, mein Haus, mein Auto, mein Brot. Super, ja, aber guck, guck was. Mein Haus, mein Auto, mein Brot. Michi, der ist ja noch viel ärmer als du. Wisch, Respekt, Alter. Hallo, Achtung. Ich mache dir immer eine Tüte fertig mit Äpfeln, Bananen und so. Magst du auch Kohl? Immer mehr Leute in Deutschland machen mit und werden arm. Doch andere bleiben ausgeschlossen. Sie werden mit ihrem Reichtum alleine gelassen. Ja, in Deutschland haben wir einfach keine Chancengleichheit. Einmal reich, immer reich. Ja, ich zum Beispiel bin extrem faul und total dumm. Aber ich komme aus einer reichen Familie. Toll. Die Welt der Superarmen. Für viele unerreichbar. Aber man wird ja noch mal träumen dürfen. Danke, Sebastian Ried und Freddy Radicke.